was geht ab liebe leute hallo und herzliches willkommen zu meinem ersten teil von overwatch heute spiele ich auf der playstation 4 zuallererst ihr müsst mir meine stimme entschuldigen weil mir geht es nicht gut in den letzten tagen habe ich mich richtig fies erkältet und deswegen ist meine stimme jetzt auch ein bisschen weg mir geht es immer zwar immer noch nicht gut aber ich dachte ich mache mal so eine video mit einer heiß mit einer heiseren stimme ja wie gesagt jetzt wollte ich mal den seniata spielen und naja wie gesagt mal was anderes eines kriegers beste wacht geduld ja junge alles klar weiß zwar nicht was er gesagt hat aber es ist okay also ich finde das ist einer der besten charaktere hier bei overwatch der macht richtig laune der macht schaden und kann sich ein also richtig geil sind sie aber nicht da ist ja da da kommt jawohl jawohl ich hatte ja auch letztens wenn sie viel zu angeschwürdiger beta ich bin bei solchen spielen eigentlich nicht so gut aber ich gebe mir immer mühe ja wohl das tut gut dreht sich immer weiter hey da ist auch einer der ist der ist auch ja der ist auch krank scheiße naja kann passieren widrigkeiten geben uns anstoß zur veränderung ist also das spiel verlassen ja jung ist gut jawohl ja und jetzt geht es euch an den kranken ja wir sind die besten niemand entkommt der jägerin beide Damen und Herren stand in ihrem Auto nein so wie gesagt cool alter Schwede Ja, wir haben es voll drauf, ey Wie sind die Oberbros? Sorry, Leute Ich mache so weit das Mikrofon nach unten, aber Ich muss immer husten Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so viel Also nicht so übel Dass ich euch ja voll huste Aber ich kann euch wenigstens nicht anstecken Oh, hinter mir, hinter mir Jawohl Genau Genau Kurs! Spielt die heile Wirkung Konzentration, Ginead, Konzentration. Da kommen die Dudis hier. Jawoll. Bist du auch krank, Junge, oder was? Jawoll. Ah, da ist er. Scheiße. Jawoll. Highlight des Spiels. Das ist eure gerechte Strafe. Wow. Hi. Die war ja fast so gut wie ich. So, liebe Leute, ich mache jetzt auch Schluss, weil, wie gesagt, meine Stimme lässt mir weitere Videos nicht zu. Episch. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Junete. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.